Oh nein, 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 er ist hier. Was machen wir denn jetzt? Wir sind erledigt. Wir finden schon einen Weg raus. Schau, wir müssen diese Chance nutzen. Wasserpack! Mist, sie haben es raus geschafft. Toll. Ich schätze, ich komme mit nichts zurück. Blöder Hammer. Du musst lernen, langsamer zu werden. Au, du bist Schrott. Naja, mal sehen, wie es mein Edelstein geht. Einer fehlt. Warte, zwei. Wo sind sie? Oh ja, ihr kommt nicht weit. Wo soll ich mich verstecken? Hinter der Couch. Das ist mein Platz. Such dir einen anderen. Hau ab. Hau du doch ab. Ich werde nicht gehen. Na gut. Was sagst du dazu? Ah, ein Jäger. Edelsteine sind so leichtgläubig. Du kannst mich hier nicht finden. Ich bin unsichtbar. Na, na, na. Wer versteckt sich denn unter der Decke? Ha, Smaragd. Na, warte. Ah, das war's. Er wird uns nicht erwischen. Was? Lass mich rein. Halt er durch. Gib mir den Schirm. Ah, sie sind verschwunden? Da muss ich wohl durch das Portal gehen. Es ist eiskalt. Es hat geklappt. Oh, es ist zu heiß. Wasser, bitte. Die Sonne wird mich noch rösten. Oh, da sind sie ja. Ben ist so dämlich. Du kannst es nicht erreichen, du Loser. Sie lachen über mich. Und wer ist jetzt dein Loser? Hab euch. Was habt ihr denn für ein Problem? Hab wohl einen Sonnenstich. Entschuldigung. Halt den mal kurz. Die gehören mir. Äh, was machst du da? Ich hab dir eh der Steine. Der Verbrecher ist harmlos. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich werd' ihn reinlegen. Puh. Äh. Smaragd. Du bist erledigt. Ich krieg dich. Hey, was glaubst du, wer du bist? Äh, sorry. Ich hab dich verwechselt. Schwimm weg. Sieh mal. Er kommt. Lauf. Ich kann nicht. Schau mal, was die Hitze mit meinen Schuhen gemacht hat. Puh. Aber was machen wir mit den Fußabdrücken? Ich hab ne geniale Idee. Los geht's. Na, na, na. Da sind ja Fußabdrücke. Dumme kleine Edelsteine. Ich werd' euch im Handumdrehen finden. Ben ist der beste Detektiv der Stadt. Ich wette, er wird sich noch eine Stunde lang im Kreis drehen. Oh, mir ist schwindelig. Da ist sie. Hey, was ist denn? Vor wem versteckst du dich? Ich bin's. Oh oh. Überraschung. Hab dich. Hilfe. Hilfe. Weg von meiner Schwester. Oh. Bin ich in Schwierigkeiten? Hilfe. Ich werde angegriffen. Mädels, bleibt cool. Haha. Es ist Zeit für die Rache. Nein. Meine Augen. Portal. Erscheine. Ich bin reich. Ich kündige. Bye. Fabelhaft. Fabelhaft. Ruby, du musst dich zurückhalten. Wow. Oh, ich glaub's nicht. Ruby, ich hab dich gefunden. Ah. Das werden wir ja sehen. Süßigkeitenattacke. Es hat geklappt. Ich hasse Süßigkeiten. Ich hasse Süßigkeiten. Der Juwelenjäger kann uns niemals in die Finger bekommen. Er wird uns auf keinen Fall finden. Oh, er ist hier. Was sollen wir tun? Makeover. Sie sind schon wieder weg. Ach. Was soll's. Ich hab eine kleine Pause verdient. Die Weste ist aber hart. Ich werd ein Nickerchen machen. Hilfe. Ich kann nicht atmen. Oh oh. Ich muss etwas unternehmen. Hey du. Überraschung. Warum? Wow. Bist du schwer. Ich werd dich kriegen. Aber nicht jetzt. Jagen ist anstrengend. Diese fiesen Mädchen. Hör auf, Bein. Es ist noch nicht vorbei. Das war's. Ihr seid erledigt. Oh, Ben. Die Edelsteine haben mich ganz schön mitgenommen. Wie du aussiehst. Also gut. Reiß dich zusammen. Ich brauch ein Makeover. Schon viel besser. Die Mädchen werden es noch bereuen, dass sie über mich gelacht haben. Ich bin gleich wieder da. Oh ja. Oh ja. Hier ist niemand. Au. Wie hart. Hey Ruby. Nein bitte. Lass mich in Ruhe. Bist du bereit? Oh je. Ha. Es hat geklappt. Hey Kumpel. Willst du spielen? Fang den Ball. Viel Spaß, Flauschi. Oh je. Ja. Ich werd deinen Sicherheitsdienst im Wasserpark, um die Mädchen zu fangen. Endlich. Ja. Mein Plan ist einwandfrei. Hi. Hey. Komm rein. Ich hab ein Ticket. Klar. Das sind aber viele Leute. Geh schon rein. Hey du. Beweg dich. Endlich. Die Edelsteine. Hey Sicherheitsdienst. Raus hier. Du bist nutzlos für mich. Da sind meine Schätze. Was wird das hier? Ups. Pech gehabt. Ich bin der echte Sicherheitsdienst. Ich werd es nie wieder tun. Kommt rein Ladies. Willkommen. Nächstes Mal werdet ihr nicht so viel Glück haben. Du gehst dahin. Ich geh dahin. Wo sind meine Edelsteine? Hey. Du bist zu unserer Süßigkeitenverkostung eingeladen. Ich passe. Komm schon. Probier mal. Ich steh nicht so auf Süßigkeiten. Habt ihr diese Mädchen zufällig gesehen? Nö. Nö. Du solltest dich entspannen. Und ein paar Süßigkeiten essen. Na gut. Mh. Ist das gut. Haha. Warum isst du nicht noch mehr? Was? Was war das Gekicher? Ihr seid es also. Mal sehen, ob du uns jetzt fängst. Oh. Meine Süßigkeit. Ich krieg dich. Ja. Los. Du schaffst das. Die haben mich wieder reingelegt. Aber ich hab etwas abgenommen. Hau ab. Du bist gefeiert. Husch. Ab sofort ist Ben angestellt. Wir gehören zusammen, Edelsteine. Oh. Sieh dir diese süße Ente an. Die nehm ich mit. Das sind sie. Rubin und Smaragd. Ihr seid gefangen. Ich will meine Edelsteine zurück. Jetzt sofort. Ah, Polizei. Hilfe. Ahem. Mister. Komm mal her. Nicht schon wieder. Ihr seid frei. Du bist verhaftet wegen versuchten Raubüberfalls. Loser. Du wurdest schon wieder erwischt. Ich find das nicht lustig. Ich werd euch kriegen. Ich schaff es im Handumdrehen aus der Zelle. Ha. Das war einfach. Ich schaff es im Handumdrehen. Hättest du wild. Sieh dir das an, Sis. Wir sind in Bens zu Hause. Was ist das? Noch mehr Edelsteine. Das ist ein Diamant. Ja, endlich. Danke, dass ihr mich befreit habt. Wir müssen so schnell wie möglich die letzten Edelsteine befreien. Immer mit der Ruhe. Her mit den Edelsteinen. Die Jagd ist noch nicht vorbei. Lauft! Oh nein, er ist hier. Mädels, lasst mich nicht allein. Versteckt euch. Ich krieg euch. Beweg dich, Diamant. Hierher. Oh nein, was machen wir jetzt? Er kommt. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ich werde euch finden. Ich wünschte, ich könnte irgendwo anders sein. Oh nein. Klopf, klopf. Ich weiß, dass du hier bist. Nein, nein, nein. Tu das nicht. Puh, das war knapp. Keiner da? Die haben mich reingelegt. Oh, wenn das so ist, dann ist es diese Kiste. Bitte, hinterlass eine Nachricht. Ein Taschenspielertrick. So macht man das. Was habe ich getan? Es sind nur noch zwei Kisten übrig. Es sind nur noch zwei Kisten übrig. Und zwei Edelsteine. Was für ein schöner Tag. Es ist heiß. Cool, Crocs. Lass bitte ein Like da, damit ich auch Crocs hab. Ja. Die Crocs gehören mir. Schon viel besser. Danke, dass ihr mir geholfen habt, Freunde. Was für ein schöner Tag. Was für ein schöner Tag. Moment. Was ist das? Eine Speisekarte. Das ist ja aufregend. Ich nehme etwas zu trinken. Und Obst. Oh, schön. Mir reicht's. Ich werde zaubern. Hey. Mein treuer Hammer. Was machst du denn da? Lass das. Das war's. Game over. Ich brauche eine stärkere Waffe. Die Axt ist perfekt dafür geeignet. Oh, sie ist stumpf. Ich habe sie schon lange nicht mehr geschärft. Ich nehme eine Kettensäge. Hilfe. Nein, Rubin. Smartkraft. Genau ins Auge. Lauf. Meine Schulter. Fräulein. Hier ist deine Rechnung. Hä? Hab ich das bestellt? Sieh mal das Spider-Man. Wo? Ich kann nichts sehen. Toll. Sie hat nicht bezahlt und ist einfach gegangen. Und dann ist da auch noch Müll. Wer war das? Sorry. Da ist ein Schurke hinter uns her. Ich verhafte euch, weil ihr meinen Kaffee ruiniert habt. Okay. Versteckt uns an einem sicheren Ort. Hier ist eure Zelle. Danke. Hier kann uns der Bösewicht nicht erwischen. Da liegt ihr falsch. Erstes. Was machen wir jetzt? Meine Mom ruft an. Seid ruhig. Hi Mom. Ja, hier ist es ziemlich laut. Ich bin gerade im Kino. Wir können von hier verschwinden. Mieser Plan. Die Schlüssel. Die brauchen wir. Ich hab sie fast. Fast geschafft. Ich kümmere mich um die Gitterstäbe. Ja. Ich hab den Schlüssel. Ach sieh. Sofort. Oh nein. Sei still Hund. Wir sind doch Freunde. Alles klar. Wir gehen wieder zurück. Ihr habt wohl meinen Officer kennengelernt. Sehr schön, Bailey. Gutes Mädchen. Was machen wir jetzt? Das ist ja interessant. Wir müssen hier raus. Seid ihr im Knast? Springt ins Portal. Zum Portal. Zum Portal. Hopp, hopp. Hä? Wo wollen die denn hin? Ausreißer. Sie können nicht von mir weglaufen. Mädels. Hier drüben. Wir sind wieder vereint. Was ist das? Ich bin wieder da. Ich hab euch aufgespürt. Lauft in die entgegengesetzte Richtung. So kann er uns nicht finden. Es ist wichtig, unauffällig zu bleiben. Wo ist Ruby? Ich glaub, ich hab sie hier irgendwo gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Welche Weste soll ich nehmen? Oh. Die hier ist toll. Sie ist schwer. Nein, nein, nein. Es ist so heiß. Blöde Sonne. Halt. Das ist mein Diamant. Keine Schwimmweste? Was ist mit Schwimm? Wo ist die Kappe? Mein Fehler. Hier. Und die Taucherbrille. So musst du dich im Park verhalten. Die Regeln gelten für jeden. So cool. Witzig. Er ist da. Smaragd. Ich komme. Wo soll ich mich verstecken? Im Wasser. Hier ist mein Fang. Nein. Ein Hai. Ein Hai? Sei ruhig. Du magst meine Flosse nicht? Lass uns hier rausschwimmen. Wo sind sie denn? Oh oh. Ist hier jemand? Hm. Sonne? Ich behalte dich im Auge. Es fühlt sich an wie ein Ofen. Die Brise fühlt sich gut an. Bleib stehen. Hinter der Theke. Hier findet er mich nicht. Ich weiß, dass du hier bist, mein kleiner Diamant. Hier sind deine kostbaren Fußabdrücke. Ich wette, sie ist unten. Nein, nein, nein. Aha. Was? Würdest du mir einen Drink machen? Ich arbeite nicht hier. Was soll das heißen? Du arbeitest nicht. Ich bin der Chef. Kümmere dich um die Drinks. Ist das klar? Ja, Sir. Oh, ein Sonnenschirm. Aha. Das ist ein Kinderspiel. Hab dich. Wo ist sie? Ich wurde schon wieder reingelegt. Ruby muss hier sein. Meine Sachen anzutatschen war eine schlechte Idee. Es hat geklappt. Oh, ein Comic-Heft. Ruby, du bist aufgeflogen. Ein Wolverine-Comic-Heft. Mein Lieblings-Comic. Wie ist das Ende? Äh, hallo? Er ist total vertieft darin. Ein Glück. Diamant. Sieh mal. Er ist abgelenkt. Wir spielen ihm einen Streich. Gute Reise. Wo bin ich? Wieso bin ich im Müll gelandet? Schau mal, eine Fotokulisse. Hier können wir uns verstecken. Das ist irgendwie verdächtig. Wo sind die Juwelen? Heiliges Stinktier. Besorg dir meinen Deo. Ich hab dich. Wo versteckt sie sich? Oh, nein, 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 nein. Gib mir den Ring. Nein, den geb ich nicht her. So eine Frechheit. Wo sind sie denn? Ich kann nichts hören. Hier drüben. Aktiviere die Piratenverkleidung. Was für eine Verfolgungsjagd. Oh, ich hab Piraten schon immer geliebt. Mom, schau mal. Ich bin Jack Sparrow. Sie sind es. Wo sollen wir uns verstecken? Er ist da. Wir müssen uns aufteilen. Mädels, kommt her. Kommt her. Keiner kann mich sehen. Du kommst her. Du kommst auch her. Die ganze Bande ist hier. Was hat er mit uns vor? Warte. Seid ihr das doch nicht auf dem Foto? Nein. Irgendwelche anderen Drillinge. Wir sehen uns nicht mal ähnlich. Ich hab mich wohl geirrt. Ihr könnt meinen Edelstein als Entschuldigung haben. Auf dem Bild sehen alle gleich aus. Bye. Jetzt werd ich euch ganz sicher jagen. Warum sind wir immer anderer Meinung? Smaragd ist noch nicht zurück. Wir müssen sie finden. Entschuldigung. Habt ihr dieses Mädchen gesehen? Natürlich. Ihr seid es doch. Nein. Wir sind zu dritt. Wir sind zu nichts zu gebrauchen. Wo ist der Angestellte? Hey. Ist da jemand? Ich esse gerade. Lasst mich in Ruhe essen. Ups. Sorry. Hi. Hast du unsere Sis gesehen? Ja, hab ich. Sie ist da lang gegangen. Danke. Beeil dich. Sie haben mir geglaubt. Hier rauszukommen ist für mich kein Problem. Smaragdnagel. Lass mich nicht im Stich. Dieses Seil wird mich nicht abhalten. Ups. Versuchst du zu fliehen? Du kannst mich nicht aufhalten. Oh nein. Nein. Versuch es gar nicht erst. Smaragd könnte nach Hause gegangen sein. Sis, bist du hier? Hier ist sie nicht. Beruhig dich. Es gibt einen besseren Weg. Ich scanne den Raum. Hast du sie gefunden? Sie ist nicht hier. Und was machen wir jetzt? Bailey. Ich weiß, was wir machen können. Bailey? Ich werde euch helfen. Vertrat auf meinen Geruchssinn. Das ist Smaragds Shirt. Kannst du ihre Spur aufnehmen? Los, kommt mit. Klar. Hey, Nachbarn. Wie geht's denn so? Wir versuchen, unsere Schwester zu finden. Sorry. Ich bin so tollpatschig. Wir helfen dir. Hier sind deine Sachen. Dieses Toilettenpapier ist aber eigenartig. Es ist mit Edelsteinen bedeckt. Das gehört mir. Her damit. Ich glaube, ihr solltet vielleicht zur Polizei gehen. Du hast recht. Hi. Wie kann ich euch helfen? Wir sind auf der Suche nach unserer Schwester. Ha. Hab sie gefunden. Da ist sie. Nein. Wir sind zu dritt. Eins, zwei, drei. Das wird ja immer unheimlicher. Verschwindet. Er braucht die richtige Motivation. Also. Hör zu. Du findest unsere Schwester. Und wir geben dir eine Menge Donuts. Donuts. Wow. Hey, wach auf. Und mach dich auf die Suche. Wow. Er wird sie finden. Hä? Warum bist du schon zurück? Ich hab gefunden, was ich gesucht hab. Einen frischen Donut. Eure Schwester kann warten. Er ist einfach nicht der Richtige für die Suche. Autsch. Sorry. Geht weiter. Okay. Ich bin am Verhungern. Was möchtest du? Du reichert ein Ei. Trüffel. Das reicht. Ich wähle selbst aus. Bestellen. Hier kommt die Lieferung. Das ging aber schnell. Hier ist deine Bestellung. Wer ist das denn? Das geht dich nichts an. Nimm das Geld und verschwinde. Wie du meinst. Ein Sandwich. Aber du musst mich losbinden. Wie soll ich es sonst essen? Keine Sorge. Ich benutze Telekinese. Guten Appetit. Lecker. Vielleicht ist Smaragd einkaufen gegangen. Sie könnte überall sein. Beruhig dich. Ich werde jedes Regal durchsuchen. Ruby? Oh nein. Hier drüben. Oh. Neue Kekse. Ich werde sie probieren. Hi. Ich nehme heute nur das. Hi. Was ist das? Gib die Kekse zurück. Sie gehört zu mir. Ups. Sie gehört zu mir. Moment. Und wer bezahlt? Okay. Ich mache das. Reicht das? Wir verschwinden von hier. Was startet ihr denn so? Ich werde dir meine Edelsteinkollektion vorstellen. Es fehlt nur noch ein Smaragd. Ein Diamant und ein Rubin. Meine Schwestern sind in Gefahr. Lass uns dort hingehen, wo wir unsere Schwester zuletzt gesehen haben. Wir hängen dort Plakate auf. Und ich hänge hier auch eins auf. Eine Nachricht von Smaragd? Lies vor. Oh Mist. Schlechter Empfang. Ich brauche Empfang. Es funktioniert nicht. Ich habe eine Idee. Links. Rechts. Ah. Mein Smartphone. Du hast es kaputt gemacht. So wie es aussieht, bin ich ganz allein. Das ist meine Chance. Ich muss so schnell wie möglich von hier verschwinden. Schwestern. Ich komme. Ups. Wo willst du hin? Ich dachte, ich könnte ein bisschen sauber machen. Geh zurück. Ich lasse dich nicht raus. Ich werde den Staub wegfegen. Hilft mir bitte. Smaragd, bist du zu Hause? Es ist niemand hier. Ich habe Hunger. Ich zauberer Essen her. Süßigkeiten. Lecker. Grün. Das ist Smaragds Farbe. Wo bist du? Oh stimmt. Wie kommen Schatzsuche an, Edelsteine? Das könnte klappen. An die Arbeit. Wir werden dich finden, Smaragd. Endlich zu Hause. Was? Ist das euer Ernst? Was soll das? Ups, sorry. Ihr habt meinen Kaffee. Und ihr habt die Decke versaut. Das machen wir wieder gut. Hier. Ist das so besser? Oh, auf jeden Fall. Super. Bye. Wir müssen nachdenken. Sis ist ein Schmuckstück. Vielleicht hat man sie in ein Pfandhaus gebracht. Smaragd, bist du hier? Nein. Nein. Wieder nein. Hier gibt es buchstäblich alles. Entschuldigung. Was macht ihr da? Ich rufe meinen Chef an. Chef. Hier treiben sich zwei verrückte Mädchen rum. Ich brauche Verstärkung. Äh. Was genau sucht ihr? Los, gib her. Okay. Warte. Ich habe ihn vorhin gesehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen unsere Schwester finden. Wir sehen uns bald. Schwestern, ich bin hier. Wo kann sie nur sein? Tyler, ich habe eine Überraschung für dich. Mach die Augen zu. Ich verschwinde. Chef? Tolle Überraschung. Und schon bin ich zu Hause. Geh zurück an deinen Platz. Hat dir der Spaziergang gefallen? Ich muss dringend auf die Toilette. Bitte. Okay, komm mit. Aber ich bewache die Tür. Super. Mein Smartphone ist da. Schwestern, der Nachbar hat mich gekidnappt. Warum dauert das so lange? Steckt sie da drin fest oder was? Ich bin fertig. Endlich. Wir werden unsere Schwester nie finden. Wir haben schon überall gesucht. Nicht überall. Hallo? Notruf? Smaragd ist verschwunden. Es bringt nichts. Eine Nachricht. Von Smaragd. Sie wurde vom Nachbarn entführt. Bist du jetzt glücklich? Du verwandelst dich gleich wieder in einen Edelstein. Nein, ich will nicht. Du hast gar nichts zu melden. Wer ist er? Wir haben dich. Er hat unsere Schwester gekidnappt. Damit kommst du nicht durch. Nein, kein Popcorn. Ich bin allergisch dagegen. Schneewittchen? Warum? Bindet mich los. Vergiss es. Du hast etwas Schlimmes getan. Wir holen uns unsere Schwester zurück. Hilfe! Ich werde mich rächen. Ich werde mich rächen.